Candice Swanepoel, sandig und zündig Dieser Popo-Blitzer macht die Fans Der Redakteur Tobias Rüster Da lässt sich Candice Swanepoel nicht zweimal Das Supermodel schlüpft für zwei neue Instagram-Bilder in einen knappen Bikini Die sandigen Aussichten machen die Fans der Südafrikanerin regelrecht verrückt Wie sich die Zeiten doch ändern Bis vor wenigen Jahren galt in Anspielung auf die erfolgreiche, mittlerweile allerdings eingestellte, Netflix-Erfolgs-Dramidie Überall Orange ist New Black und obwohl mit der Serie seit Oktober 2019 Schluss ist Haben sich bei Supermodel Candice Swanepoel die Vorzeichen seitdem nicht gedreht In ihrem neuesten Post beim Foto- und Videonetzwerk Instagram zufolge gilt bei ihr ganz aktuell immer noch Orange ist mein Klassiker vergeht eben nicht Lesen sie auch Heißes Bikini-Doppel Wer hat bei Kim und Courtney Kardashian die Kurven vorn? Candice Swanepoel entblößt knapp hohem Bikini-Hüßchen Die 32-Jährige spielt mit dem Spruch natürlich auf die neuen Bikini-Bilder an Wie sie ihren Fans momentan bei Instagram um die Ohren Drei Mal dürfen sie raten Welche Farbe Candice knappes Badehüßchen und das dazugehörige Top hat? Genau In strahlendem Knast Orange präsentiert die gebürtige Südafrikanerin den Fans ihren sandigen Allerwertes Das knappe Tanga-Hüßchen trägt da ganz sicher seinen Teil zum Erfolg Das B-Gefangene macht sie so auf keinen Fall, so viel ist wohl klar Candice Swanepoel zeigt populäre Aussicht auf ihren Allerwertesten über 160 0 0 0 0 Instagram Likes räumt Candice mit ihrem Bikini-Hintern bislang ab Da scheint es nicht unangebracht zu sein, von einem populären Ausblick zu sprechen Dem schließen sich auch ihre Fans im Netz an Orange war schon meine Lieblingsfarbe, doch jetzt mag ich es noch viel mehr Kommentiert ein Fan zum Beispiel unter dem Bikini Du bist so perfekt und eine wahre Göttin Du siehst so toll aus im Orange Schließt sich ein weiterer Instagram-Fan von Candice Swanepoel Folgen Sie Nuss.de schon bei Facebook und YouTube Hier finden Sie brandheißen Nuss, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion rotfk-anus.de Lieblingsfarbe Amen. Amen.